Frau Koch, da irren Sie sich. Wir wollen natürlich konstruktiv gestalten. Ich möchte zu diesem Antrag vorwätschicken. Wir hatten im letzten Jahr, und das muss im Sommer ungefähr gewesen sein, beantragt, dass die Informationsfreiheitssatzung der Stadt Kassel verlängert wird. Weil ein Auslaufdatum in dieser Satzung festgestellt war. Damals musste ich mir sehr massive Angriffe, ich hätte keine Ahnung, von Ihrem damaligen Fraktionskollegen, dem Herrn Müller, ich erinnere mich sehr gut daran, der behauptet hat, im Ingrund der Überzeugung, es sei totaler Quatsch, weil es sei völlig klar, diese Informationsfreiheitssatzung gilt einfach weiter, bis etwas Neues geschlossen ist. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es falsch war, und Sie haben inzwischen die Verlängerung geschlossen. Die Stellplatzsatzung der Stadt Kassel wäre nach unserer Meinung und nach der Überzeugung von Herrn Müller damals auch einfach weitergelaufen. So lange, bis etwas Neues geschlossen ist. Das sind diese Nachwirkungsparagrafen, die ganz üblich sind in solchen Festlegungen. Stattdessen, also davon konnten wir ausgehen, wir sind ja auch jetzt nicht eine Riesenfraktion, die Verwaltungsunterstützung hat. Stattdessen haben wir in der HNA gelesen, dass die Stellplatzsatzung ausgelaufen ist. Und das hat uns schon geärgert, weil die Frage natürlich nicht ist, Frau Bruch, dass man nun die Autostellplätze kennt, sondern die Frage ist natürlich, wie man Mobilität und die Verteilung von städtischem Raum organisiert und ein Instrument dafür ist, die Stellplatzsatzung dieser Kassel haben. Und wir waren eben der Meinung, dass es nicht in Ordnung ist, dass sie einfach ausläuft, ohne dass irgendwo in irgendeinem Ausschuss oder in der Stadtverordnetenversammlung darüber eine Diskussion stattfindet. Deshalb warten wir den Antrag, lassen Sie erst mal weiterlaufen und lassen Sie diese Diskussion führen. Und der zweite Teil, der zweite Punkt ist ja, dass es bis Februar, also bis nächste Woche, also im Laufe, jedenfalls zeitnah, Vorschläge gemacht werden, wie eine Alternative dazu aussehen kann. Wir wollen ja gar nicht, dass die Stellplatzsatzung weitergeht. Ich bin übrigens in der Ausschussdiskussion, das war, unser Antrag stammt ja aus dem Oktober letzten Jahres, also das hat es ja auch für die Verzögerung jetzt so hinausgezogen. Aber in diesem Ausschuss haben wir darüber diskutiert. Und da war, glaube ich, der Ausdienst, derjenige, der gesagt hat, das ist doch alles kein Problem, wir brauchen keine Stellplatzsatzung, denn das regelt der Markt. Und das finden wir einfach falsch. Natürlich, es wird so sein, die Investoren, die irgendwas auf der Kante haben und die Einfluss haben und die mit der Stadtverwaltung Tasse des Reden und sich durchsetzen können, die ihre Vorstellungen viel leichter durchsetzen können, wenn nichts geregelt ist. Wir wollen, dass über solche Fragen eine politische Diskussion stattfindet und dass eben auch die, die dann für alle gelten und demokratisch ausgestaltet sind. Das ist unser Anliegen und Sie wissen ganz genau, dass wir uns wirklich dafür einsetzen, dass wir mehr Fahrradstellplätze, mehr Bäume und so weiter kriegen. Und was kann man in einer solchen Stellplatzsatzung festlegen? Aber dass sie einfach ausläuft und alles so tun, als wenn es das Normalste der Welt wäre, und da noch gesagt wird, das Reden vom Markt, das wollen wir auch nicht akzeptieren. Vielen Dank.